Noch nicht, aber gleich ist es soweit. So, jetzt hören wir die Atemgeräusche. Ich mach' mal ein bisschen lauter. So, jetzt ist er autark unterwegs. Der kann in jedes Feuer, in jedes Wasser. Der zieht Luft aus dem Speicher. So, jetzt passiert noch mal ein letzter von Umcheck von Martin. Denn jede Kupplung bei uns in der Tafahai ist doppelt gesichert. Das wird jetzt noch einmal zusätzlich überprüft. Ob alles okay ist, ob alles richtig verbunden ist. Und wenn das okay ist, gibt's immer so liebevollen, mal stärker, mal weniger Tonks auf den Kopf. Dann heißt von unserer Seite aus, alles klar, du kannst sowas sagen. Jetzt batscheln er ins Wasser. Schon ein kleiner Tag ist ein bisschen präge heute. So, wenn er gleich auf der Badeinsel steht, ist immer noch mal ein kurzer Blick zu dem Signalmann, der den Schlauch unter Leine hält. Ist alles okay. Mein Schlauch hat genug Lose. Nicht, dass ich den Schlauch festhalte und er springt gegen die Insel. Wenn das alles okay ist, dass wir das selbst stellen.